Hallo? Hier in der Wüste sehen die Bäume richtig geil aus, weil die so gelb gefärbt sind. Echt? Achtu, Achtu, du meinst diese Setzlinge. Achtu, Achtu, du meinst diese... Ah ja, die, ja. Die wollte grad sagen, hä, gelbe Bäume hab ich noch nie gesehen. Das sind diese komische vertrockneten Setzlinge, glaub ich, sind das. Ähm, gibt es Symphonen auf zu welchem Gehämmetruhen, weil ich hab grad... Oh, ne Ahnung. Ich bin gleich tot. So, bauen sie noch mein Dach und ich hab ja jetzt genug gefarmt. Nein, 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 nein! Aber wie gesagt, ne, wenn ihr keinen Bock habt, irgendwie mehr mitzuspielen, ne, könnt ihr hier rausgehen. Also ich sag das nur mal so. Manche Leute fühlen sich ja gezwungen bis zum Ende drin zu bleiben, wenn sie mitmachen. Ja, ich will... Ich will gerne bis zum Ende drin bleiben. Sagen wir's mal so. Ja, ich hab Laber gefunden. Ja. Aber geh... Ich hab kein Waffe. Ich bin in dieser Spalte reingefallen. Ich sag's ja nur, wenn ihr keinen Bock habt dürft ihr ruhig gehen. Dann sagt ihr Bescheid, ja, gut, für heute. Hat Spaß gemacht, will nicht mehr. Vielleicht das nächste Mal wieder, tschüss. Aber wenn du kein... Wenn du keinen Bock mehr hast, musst du schon drin bleiben, oder? Äh, mir bleibt nichts anderes übrig. Was er will. Ja. Aber ich... Aber ich... Ich glaub, komm, dass ihr aufnehmen würdet, wenn ihr keinen Bock habt. Findest du... Ich find das Spiel langsam... Aber man hat echt mal ein bisschen mehr Spaß als sonst. Weil wenn du schon alles gebaut hast... Und einfach... Das fand ich bei der ersten Staffel scheiße am Ende. Ich war der einzige, der was gebaut hat. Die anderen sind nur rumgerannt, haben scheiße gemacht, haben sich gegenseitig verprügelt. Mehr haben die nicht gemacht. Die haben nichts gebaut. Nix. Die sind einfach bei mir die ganze Zeit nur rumgerannt. Das fand ich langsam echt nervig. Deswegen... Wollte ich auch einfach nur noch Neustart machen. Hey! Wollte noch Neustart machen? Wie viel brauche ich... Wie viel Obsidian soll ich fahren? Weil ich hab hier voll viel Obsidian gerade. Keine Ahnung. 15, 20, so drin. 15, 20, so drin. Okay. Ja, ja, ja. Dann hol ich's. Für ein netter Portal und für ein sauberesisch. Ja, dürfte, glaub ich, reichen. Ich bin mir da auch nicht grad sicher. Aber müsste eigentlich reichen. Aber mich nervt das grad, dass überall Schnee ist in meiner Wohnung. Ich muss jetzt erstmal innerhalb meiner Wohnung alles abbauen. Das sieht grad ziemlich scheiße aus. Willst du helfen? Alter, wie man hier kein Eisen findet. Nein. Ich hab ein Eisen gefunden. Wir sind hier tausend Kilometer weit weg und immer noch nichts. Ich hab ein ganzes Steck Eisen. Ach, suchst du noch Eisen? Warum suchst du Eisen? Weil ich neu bin. Achja, du bist ja jetzt zum ersten Mal, glaub ich, dabei, ne? Kann das sein? Letztes Mal hab ich ja immer die Fehlermeldung gehabt. Achja. Weiß ich mal, was du ein bisschen blöd finde, dass es nicht so ist wie bei Black Ops 2, dass irgendwie angezeigt wird, links oben in der Ecke oder so, wer grad redet. Weil manche Leute haben eine sehr gleich klingende Stimme teilweise. Und dann sitzt du da und denkst, wer redet denn jetzt gerade von denen. Aber jetzt ist bei mir manchmal das Problem, weil ich kann mir nicht alle Namen merken und alle stimmen zu den Namen. Da wär ja schon ziemlich erleichtert. Aber wie kennst du, oder? Mount Crafter. Ja. Aber auch nur, weil du die letzten Folgen über das rumgekreischt hast. Und weil du anlaut rausgeflogen bist, dann merkt man sich die Stimme. Das merkt man sich dann einfach. Ja, ja. Gut, oder? Naja. Es geht. Geht. Mount Crafter macht weg und gleich. Pole. Ich hab Diamanten. Schön für dich. Brauchst du dir nicht angeben. Ja, ich hab Diamanten. Ja. Ich geb nicht ab. Oh, die sind so schön. Versuch mal irgendwie so andere Häuser zu bauen, ne. Weil ich seht, da baut schon wieder einer nach meinem Ansatz. Weil es gibt ja jetzt ungefähr, warte mal kurz. Ja. Ich find auch irgendwie, irgendwie, bei allem mit dem Fichtenholz-Stil. Also, äh, in. Also, weil du hast ja angefangen das Haus zu bauen und dann hat jeder genau ein gleiches Haus gebaut wie du. Na guck mal, das, das sieht anders aus. Das, das sieht anders aus. Das, das sieht anders aus. Gebe ich zu, ja. Aber das direkt links vor meinem Haus, die sieht fast genauso aus wie meins. Außer vorne sieht es ein bisschen anders aus. Das hab ich auch damals so gebaut. Hey, das ist man. Da ist so ein plattes Haus, was auch aussieht wie meins nur in platter Form. Oh, ich verliere jedes Mal runter. Oh, ich verliere. Und da hinten baut schon wieder jemand nach meinem Grundriss. Das sieht genauso aus wie mein Haus gerade. Genauso aus wie mein Haus gerade. Also vom Grundriss, nur halt ein bisschen, meins ein bisschen größer. Das kann doch nicht sein, was man hier kein Eisen findet. Na gut, ich, ich meine, mein Haus ist eigentlich auch ganz cool zu bauen. Besonders da wir jetzt so viel Sand überall direkt haben. Deswegen ist mein Haus eigentlich das einfachste, weil du kannst einfach mit Glas alles bauen. Na gut, einfacher wäre aus Dreck, aber, wer baut schon gleich ein Dreckhaus, ne. Also ich wohne auch nicht gerne in meiner eigenen Scheiße, wenn ich das nur so sage. Nö. Hallo. So wie es aussieht mit deinem Haus, legst du nicht viel Wert aus drüber, also von dir aus. Kann ja von jeder Seite beobachten. Ja, das ist doch lustig. Ich baue mir ja noch ein Obergeschoss. Ich bin da noch nicht fertig. Ich baue erstmal so ein Obergeschoss bauen, wo du durch Glas nur nach unten gucken kannst. Ich glaube, sie wird auch später cool aussehen. Ich weiß auch nicht, bei Minecraft bin ich nicht so der Materialfarmer oder PvP-Spieler. Ich bin einfach nur der Bauer. Ich baue einfach gerne. Ja, ist ja eigentlich auch das. Ja, ist ja eigentlich auch der Sinn von Minecraft. Naja, manche Spieler hat immer noch gerne PvP. Aber ich muss so eine. Ja, hin und wieder PvP ist schon irgendwie. Cool. Ja, PvP ist auch eigentlich ganz cool. Ich zeigte das auch ab und zu mal gerne auf PC. Aber ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie mehr Bock auf Bauen momentan. Besonders beim Together-Projekt hier, das ist einfach nur... Das bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie rumlaufe und irgendwelche Leute umbringen. Das bringt mir ja auch nichts, deswegen baue ich einfach nur. Baue ich einfach nur von mir hin. Kann ich am Ende wieder sagen, ich habe das meiste gebaut. Ja, ja, ist halt immer so. Ich habe mich jetzt bis im Bedrock runtergekrammen und kein Eisen gefunden. Ja, also, am öftersten bekommt man Eisen, wenn man in Höhlen geht. Aber wenn man sich einfach nur runterbaut, ist es schwer. Aber eigentlich, alle sind ja schon Sonne gewesen. Schau mal auf die Karte und schau, wo ich bin. Hier gibt es sehr viele Höhlen, aber ich finde so gar nicht Flucht. Aber ich bin ja ganz... Ich bin ja gleich bei... Okay, hier in der Stadt. Sag ich jetzt mal. Soll von jemandem immer SC einmacher los sagen von jemandem? Hallo! So, ich glaube ich bräuchte noch ein paar mehr Ofen, ich komme mir nicht voran. Hier. Da ist noch ein Ofen. Na toll, ich kann mir auch noch einen craften. Geil. Seit hier, du wurdest das gefragt. Was denn? Äh... Hast du eigentlich am PC Optifine? Ey, jo! Und es funktioniert nicht richtig. Ich habe bei mir irgendwie... Im Wasser so eine Striche drinnen. So 8x8 und dann habe ich so eine Striche irgendwie drinnen. Im Wasser, das sieht ja richtig eklig aus. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist eigentlich... Das ist eigentlich der Launch Upgraded. Habt seitdem habe ich da so eine komische Striche im Wasser. Das sieht einfach richtig eklig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Tür, rechts, ein und... Tür, rechts, ein und... Tür, rechts, ein und 20 Obsidian. Das dürfte reichen. Okay. Das reicht auf jeden Fall. Voraus ja noch 8x1. Ich vergesse mal den Namen von Netaportal. Aber nicht draufgehen jetzt, ne? Aber nicht draufgehen jetzt, ne? Ja. Ich bin eh schon in der Stadt. Hi. Also als erstes, bei euch, kann einer von euch mir ein Feuerzeug machen, weil ich habe kein Essen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier Wasser platziere, wird das dann auch gefrieren? Ähm... Diamanten! Ja! Diamanten! Ja! Beruhig dich! Beruhig dich! Chill! Das ist ja scheiße, weil ich wollte jetzt eigentlich hier so eine Farm bauen, aber wenn das gefriert ist, ist ja auch blöd dann, ne? Weil das bringt meinen Pflanzen ja auch nix, letztendlich. Kann man jemand für mich Diamanten abbauen? Hehehehe. Sorry, Alter. Wo bist du? Bist du bei mir runtergegangen? Bei meiner Mine, oder? Nein, ich bin da in dieser Schlucht da, da habe ich hier runtergefallen und habe meine Sachen geholt. Und dann habe ich mich einfach reingegraben. Okay, ne, ich habe eins gefunden. Ist schon gut. Gibt es hier irgendwo Kies? Oder hat irgendwer zufällig Kies? Ja, bei mir unten. Ja, könnte ich vielleicht Kies haben für Vorzeug? Ja, ich komme hoch. Du, du brauchst Feuerstein? Ja, du brauchst Feuerstein. Kein Kies. Ich habe auch ein bisschen Kies. Warte, wer braucht Kies? Ja, Feuerstein ist ein Kies. Ja, würdest du dann den ganzen Kies platzieren, abbauen, kies platzieren, abbauen, platzieren, abbauen, bis du es kriegst, oder wie? Wir brauchen ja noch, wir brauchen ja noch einen, hier Feuerstein. Wo bist du, Minecraft? Ähm, ich bin mal für Zitzinger und Stalking gerade. Schon wieder? Oh mein Gott. Ja, du Stalker, hier. Okay. Ah! Box euch alle weg hier. Oh Gott, komm her. Oh Gott, komm her. Hallo, da liegt es doch. Du spielst doch am PC mit Shader? Ja, eigentlich schon. Nur, ich habe leichte Probleme mit dem Ding. Wie gesagt, ich habe da irgendwie so mit dem Wasser so eine komischen Striche drin. Und deswegen ist das eigentlich nicht spieler-Montan. Ist es nur mit Shader oder ohne? Mit Shader bloß. Hallo! Sorry we were, das habe ich gesehen. Dann liegt es aber mit Shader, dann musst du den Shader updaten. Okay. Das hat Shader gar nicht. Ja, da muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich kenne mich aber nicht aus. Auf PC habe ich da keine Ahnung. Wobei, dann schade ich gerade extrem. Ähm, ich bin wieder da. Okay. So, ich gucke noch mal, bei wem ich jetzt schalle. Warte. Moundcraft, bei dir schalle ich. Warte. Bei dir schalle ich. Warte, den Rest mache ich hier mit Sand. Also meine Stimme schalte ich ab und zu. Na jetzt nicht mehr. Aber ab und zu habe ich da so ein Echo drin bei dir. Okay, ja, ja. Ich habe halt zu laut aufgedreht. Das ist oft so. Weil ich auf mein Headset zu laut aufdrehe, dass man sich öfter hört. Ja, ich bekomme überhaupt keinen, ähm, Feuerstern. Das frägt mich voller. Ja, ich habe gerade immerhin, wo man, hätte ich halt gleich einen Glock machen können. Ja, ich habe schon, ich habe schon. Na komm. So. Was habe ich jetzt hier reingeschmissen? Ach genau, hier habe ich auch nur das reingeworfen. Dann bauen wir mal wieder weiter das Haus. Ich habe mal eine Frage. Will nicht eigentlich irgendeiner mal anfangen, mal so ein Haus zu bauen, was besser aussieht als meins? Mal so als Frage. Weil bis jetzt hat er ja noch... Hey, ähm. Da Tür könntest du vielleicht mit mir mitgehen. Und du kannst jemanden finden, wo ich mein Nether bauen soll. Ich stehe gerade vor deinem Haus. Weil ich weiß nicht, wo ich hinstellen soll. Vor meinem Haus steht keiner. Ah, da unten. Ich? Ähm, keine Ahnung. Bau das einfach irgendwo hin. Wo soll ich hinstellen? Daher? Kannst du auch machen. Dann ist es direkt in der Nähe. Weil guck mal, hier wohnen ja eigentlich alle. Ja, okay. Da baut wohl, da baut einer was aus Wolle. Ich würde sagen, er baut einen Leuchtturm. Leg ich in der Annahme richtig. Eigentlich Satia. Was? Satia. Kann ich, kann, können wir auch was unter Wasser oder in der Höhle drum bauen? Also unter Wasser so. Kannst du auch unter Wasser was bauen. Aber ich sag nur gleich, ich rede aus Erfahrung, es ist scheiße schwer. Und dauert. Besonders, wenn du alles näher komplett aushöhlen willst. Oh, das hab ich schon mal bei meiner Map gemacht. Richtig ätzend. Ich hab das auch mal gemacht in der Let's Play Welt in meiner alten, wo ich da 300 Folgen hatte. Ey, das ist schlimm. Wo du da wirklich jeden einzelnen Block machen musst, damit das Wasser da weg geht. Ah. Es dauert so lange. Richtig aufwendig. Es frisst einfach immens viel Zeit. Ja. Das würde ich alles... Ja. Ich hatte vor allem nur so ein kleines T-Eck gehabt, wo ich Wasser rausnehmen sollte. Aber selbst das hat schon richtig lange gedauert. Bin ich auch schon teilweise verzweifelt manchmal. Das hab ich, ähm... Das hab ich gesehen mit dem, äh, wo du dann den Garten da rein gemacht hast. Ja, ich wollte eigentlich so eine ganz fette Stadt unter Wasser bauen, aber das war am Ende doch viel zu heftig. Ja. Weil ich wollte da wirklich so was richtig fettes reinbauen, das sollte richtig schön krass aussehen und so. Und dann hab ich geguckt, oh Alter, wie lange hab ich dafür gebraucht? Och ne, lassen wir mal lieber. Das war am Ende einfach viel zu viel. Hätte ich eher noch 300 Folgen mehr gebraucht, bis ich da überhaupt fertig werde mit dem Ding. Ich verstehe es nicht. Die Tür möchtest du bei der Eröffnung vom Nether dabei sein? Ey, ich sag mal so, das ist jetzt nicht gerade irgendwas Spannendes, ne, wenn man sowas besser eröffnet. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Warte Frage. Ja. Okay. Und es ist... Uninteressant. Ich finde alles außer Eisen. Eisen ist für mich irgendwie total selten. Ich habe bis jetzt alles, jedes Erz außer... Hier, hier, hier. Und es ist... Es ist der Eis. Hör auf da rein zu brüllen, jetzt ins Mikro. Hör auf da rein zu brüllen, jetzt ins Mikro. Hör auf da rein zu brüllen. Ich sag, du hör mal bitte auf zu schreien, das nervt ein bisschen. Oh. Na, das ist wirklich so? Sorry aber ist so. Bist du immer so oder was? Naja. Vielleicht ist er aufgeregt. Im Unterricht nachher. Was ist 1 plus 1? Es ist 2! Fängt er an um zu brüllen. Naja, du mich auch. Cool, ich habe Eisen gefunden in meinem Keller. Geil. Ich will mir gerade nur einen Keller bauen und zack, Eisen gefunden. Ne, das ist sogar ein bisschen mehr. Oh, das ist eine ganze Menge hier unten. Eine ganze Menge. Hey. So, wie viel war das jetzt? Ich glaube 8? 6. Na, ich dachte 8. Naja. Trotzdem her mit dem Eisen. Ich bin sehr behindert. Ich sprinte. Was macht der? Ich sprinte nicht. Okay. Vielleicht ist dein Controller kaputt. Vielleicht ist dein linker Analogstick ein bisschen beschädigt. So wie bei meinem alten Controller. Da ging das auch irgendwann nicht mehr. Oh Mann, wie soll ich denn kein Eisen? So habe ich mal meinen Controller reingebissen, weil ich ausgerastet bin. Du hast den Controller reingebissen. Hat jemand 3 Eisen für mich? Ja, habe ich. Why? Wieh, was Was ist wie bei FIFA macht einer nicht aggressiv? Ja dann beißen wir den Controller rein. Dann geht er auch auf die Zähne. Aha. In meine Zähne gehe ich nicht verwur�. In meine Zähne gehe ich kaputt. Nöääup. What? Was ist meine Essensform? Keine Ahnung. dann will ich lust drauf habe dafür hättest du zufällig ich habe ein bisschen was aber das gebe ich nicht her weil ich das noch brauche weil ich das selber noch anbauen will ja okay weil für zauber sich endlich einen gefunden ja muss ich umgucken oder wüsste war noch was aber ich weiß ob sie das aufgebaut haben ja okay ich glaube schon es gibt voll lustig dass der verfolgt nicht da warte du hast hier ne freundin ey wie kannst du aber keine gehörte finden sooo mhm ja mein Haus nein nein jetzt will der mir hinterher ich schnell von da nach raus weg so macht der mit dem Creeper die ganze Zeit bei meinem Haus der rennt sich die ganze Zeit im Kreis bei mir der liebt dich ich bring den gleich um wenn er mich so war der anstarr ich bin Level 4 ich bin Level 12 ich bin Level 14 und gehe gleich in Never in Nether mach das kaum möglichen Bogen raus ist der Creeper abgehauen